so freunde heute gibt es mal von journal of the cabin mal so eine art grips folge grips bedeutet wohl so eine art einblick also hier ist einer der zugänge hier haben wir noch genug feuerholz geschützt ein bisschen baumaterial hier geht es dann runter in die stadt sieht man noch den ja den turm sozusagen also hier haben wir die hütte tisch und bank habe ich gerade eben ein video abgedreht cam cooking bacon beans und rice hier oben füttern wir die vögel ein bisschen holz gestänge dann haben wir eben eine vollstelle an der ich schon öfters mal koch videos gedreht habe bevor wir das grundstück hier bekommen haben war hier alles schön verwucherten das sah so richtig geil aus aber dann lassen wir auch wieder schön zu buchern paar leitern vom eigentümer des geländes da haben wir die hütte von der seitenansicht da hinten ist das tor die feuerstelle mal gucken da wasser sammeln da hinten sind noch ein paar dosen die will ich mir auch bewahren für was anderes eine weitere sitzgelegenheit hier hinten geht es schön raus in den wald hier ist zwar mit mit zaun und so weiter so eine art grundstücks grenze gezogen allerdings gehört das hier auch noch zur hütte also zum zum grundstück wie ihr seht da hinten ist der ort und 300 meter im berg runter da wohnen wir hier ist ein hinterausgang über den betrete ich meistens das gelände meike der buschkrafthund ne meike passt immer schön auf hier hier haben wir noch mal eine vogelfütterstation und die sind echt am fressen wie die weltmeister hier wahrscheinlich ein sehr harter winter werden wenn die so viel wenn die so viel fressen so gehen wir mal die hütte rein die decke der amerikanischen armee da habe ich jetzt schon ein overnighter mit hinter mich gebracht hier in der hütte kein quatsch die bank die stand früher bei uns in der küche mit dem tisch hier gut muss ich ein bisschen sauber machen aber kein problem ich habe dann da geschlafen füße da drauf war okay hier noch ein paar wasservorräte hier sind vorrät im allgemeinen drin haben wir hier tisch der war schon drin zwei tabs der schütze aus dem baumarkt gekauft für drei euro pro stück zwei meter mal drei meter so haben wir hier ein altes regal meine schmiedeeiserne pfanne knoblauch eingelegt chili und garlic rapsöl und butankocher dave canterbury's pfwander schools cantina cup bisschen hot chocci paar becher zangen bisschen spiritus brennstoffgel ikea hobo mein gusseiserner dutch oven für also hier kennt wahrscheinlich stehen dort auch corny für znaß holzlöffel spachtel zwei outdoor teller topf dann habe ich hier ja ich muss sauer machen ich weiß dann habe ich hier ich weiß kein weiteres axt mit hammerkopf ich weiß es nicht da habe ich ein projekt vor das wieder ein bisschen aufzuhübschen für einen schnellen kaffee zwischendurch wie seht das perfekt deko vom vorbesitzer schneidematte noch eine schneidematte bisschen holzvorräte getrocknet ja ein paar briketts grillkohle noch ein hobo ja spiegel ja das war es eigentlich schon wenn man ganz kleiner einblick wird hier so rum aussieht jetzt nachdem ich jetzt noch zwei monate zwei monate ab ihr seht ihr jetzt oben da in dem bild hier unter meinem seht ihr ja dann den datum stempel wann ich dieses video gedreht habe sollte ich vielleicht öfters machen also genug platz ruhe wie ihr seht keine nachbarn obwohl da hinten seht ihr die die hecken da haben wir nachbarn aber der ist selten da ja ansonsten schöner platz wie gesagt hier zehn meter weiter runter ist halt sehr beliebter wanderweg für hundefreunde und das war es kleiner einblick hier in die situation im augenblick da hinten meine kleinen gefiederten freunde fressen können wir sehen die kriegen von mir egal wo ich bin kriegen die immer was zu fressen ich mag diese meisen könnte mal ähm letztes jahr hatte ich mal besuch bei mir zu hause auf dem sofa der kam durch die balkontür geflogen setzte sich neben mich hat sich ein stück chips geklaut und war weg und ich habe auch schon mal ein video gemacht aber das habe ich leider nur auf facebook veröffentlicht tja da habe ich den streifeln können das war unglaublich so zuteilig sind die geworden so also nach hinten raus noch geht's halt in den wald schön hier wenn auch in ortsnähe aber ich finde es toll und das alles für kleines geld toll so also das war's danke fürs zuschauen kleine grips episode tschüss my dude schränkt der hut schränkt der hut